jo leute herzlich willkommen auf meinem kanal lp autente und eigentlich sollte jetzt ja das five nights and freddy's video kommen aber weil mir fraps abgekackt ist hat das nicht geklappt ich habe jetzt nach zwei geschafft ich bin jetzt bei nach drei das tut mir richtig krass leid aber ich bin gerade beim schneiden und ich habe gerade gesehen dass das einfach mittendrin aufhört bei ein uhr nachts und 79 prozent akku war eigentlich eine ziemlich coole folge ich hoffe dass das euch jetzt nicht so krass stört wenn nicht ich kann es nicht ändern fraps abgekackt ich will jetzt jetzt nicht noch mal spielen weil da müsste ich nacht eins noch mal machen um nacht zwei zu spielen und darum geht es dann nächste folge mit nacht drei weiter und ja ich habe aber noch ein bisschen was anzukündigen und zwar erst mal frohe weihnachten an alle da das video heute am 24 rauskommt und was ich noch ankündigen wollte ich habe jetzt auf steam eine gruppe die heißt al dente und da könnt ihr gerne reinkommen das ist ach ich schreibe auch den namen und in die video beschreibung und auch auf krafted.eu dem server habe ich auch einen clan der ad clan und da könnt ihr auch gerne reinkommen wenn ihr wollt schreibt mir einfach eine mail ich nehme euch dann sehr gerne an das gleiche auf steam mein steam name steht in der beschreibung eine steam gruppe steht in der beschreibung wenn ihr wollt könnt ihr gerne da reinkommen da unterstützt ihr mich so ein bisschen und ja was ich ankündigen kann ist dass outlast bald kommt ich hoffe dass es bald kommt ich habe es mir heute gekauft weil es im angebot war und wenn ihr wollt dass ich outlast spiele dann lasst es gerne irgendwie lasst es mich sehen mit einem daumen nach oben oder mit einem kommentar und ja dann würde ich sagen wir sehen es hoffentlich dann im nächsten video wenn das klappt ich weiß nicht warum fraps das gemacht hat ich habe auf einmal drei videos gehabt und alle gingen zwei drei minuten aber alles nicht komplett und ja dann würde ich sagen wir sehen es im nächsten video und fröhliche weihnachten bis zum nächsten mal ciao